Ich habe euch in meiner Insta-Story nach Rezepten für den Opti-Grill gefragt und das ist dabei rausgekommen. Ein Big Mac-Sandwich nach dem Rezept vom Opti-Grill und es ist so grandios, ihr müsst es unbedingt nachmachen. Wir brauchen nur Mayo, French-Dressing, ein bisschen Senf, Paprika, Weinessig, eine halbe Zwiebel, eine Prise Zucker, Knoblauch. Dann wird es alles schön verrührt, dann kommen noch ein paar Gürkchen rein. Die Soße ist so unglaublich lecker und dann geht es schon ans Rösten, der Tag. Das Hackfleisch habe ich jetzt einfach nur mit Pfeffer und Salz gewürzt, ein bisschen durchkneten und daraus formen wir jetzt sechs Patties. Wichtig ist, dass ihr bei der Größe aufpasst, dass die alle gleich dick sind, damit die überall diese schönen Streifen und diese leckere Röstaromen bekommen. Und dann geht es schon ans Schichten. Erst kommt die Soße, dann Salat, dann Fleisch, dann eigentlich Käse. Ich habe ihn vergessen, ich musste später nochmal im Grillvorgang die Toasts aufmachen und den Käse nochmal reinlegen. Also eigentlich kommt hier Cheddar-Käse rein, aber gut. Dann geht es weiter, dann kommt noch eine Schicht. Es werden zwei Lagen Fleisch, glaube ich, es schmeckt so geil. Dann Deckel drauf und dann geht das Ganze nochmal beim Burger-Modus in den Opti-Grill. Boah, Leute, es war wirklich ein Gedicht. Schaut euch das an, da läuft jetzt auch der Käse raus. So muss das. Danke für das tolle Rezept. Leute, schickt mir unbedingt noch mehr Inspiration, wenn ihr habt. Und folgt für mehr.